Die Leiche ist... Ich musste es tun! Sie waren uns auf der Spur! Max, was hast du getan? Ich hatte doch keine Wahl! Ich habe eine Fliege erledigt und es kamen immer mehr! Als ich mich in der Tat gelockt habe! Max, komm runter! Wir kriegen das noch irgendwie hin! Wir müssen sie einfach alle begraben! Aber dieses Mal musst du mir helfen! Und wir werden einen wesentlich größeren Löffel brauchen!